BR 2018 Herr Dascher, Herr Flötzinger, wissen Sie, warum ich Sie anhalt? Nein, weiß er nicht. Ihr Zweirad hat die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 100 km h überschritten. Da hab ich die Messer-Larange abgezogen. Max, weißt du, dass mir das scheißegal ist? Ich glaube, Sie haben mir ein Mopper, der ein bisschen auffrisiert. Haben Sie dafür überhaupt eine Betriebserlaubnis vom TÜV? Ups, ich glaub, der Blitzer ist leider kaputt. Herr Flötzinger, das ist wahrscheinlich Widerstand gegen die Staatsgewalt. Und das ist mir wahrscheinlich wurscht. Lies einmal, du Hosenscheiße. Born Rebels. Du hattest Born Rebels. Schreibt mich nicht ein bisschen anders? Als geborener Rebell kann ich das schreiben, wie ich will. So, und du fährst jetzt heim zur Mama und ich fahr nach Dingolfing ins Roadhouse und reiß mir zur detourierte Bikerbrot auf. Ist es nicht ein bisschen gefährlich, so ganz oben ohne? Ich leb gerne gefährlich. Schluss, guerrlässern. Hm. So, vehelten wir. Jetzt czyst mich, dir? Nach Break! Ich weiß auch, wenn ihr... Louisiana f hängt auf.